Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Tinymon und in den letzten Tagen ist wirklich einiges passiert. Also seit der Folge, die ich mal aufgenommen hatte zwischendurch, wo ich ja auch Superinos Anfang gezeigt hatte, hab ich jetzt ganze viermal gestreamt. Ich glaube, das gab es bisher auch noch nicht einmal, dass ich in irgendeinem Video gleich vier Streams auf einmal zusammenfasse. Aber gut, ja, ich weiß nicht, die waren halt jetzt auch relativ kurz und ich hab eben in kurzer Zeit das auch alles gemacht. Denn ich hab's jetzt endlich mal geschafft, mein Vorhaben umzusetzen, was ich schon seit längerer Zeit hatte, dass ich wirklich mal jeden Tag zwei Projekte streame und da war ich eben ganz aktiv in Tinymon, dass ich mal das fast jeden Tag jetzt eingestreut hab. Und jetzt nach fast einer Woche Bilanz, zumindest was die Streams angeht, ich weiß nicht, wie lange die letzte Folge her ist, jedenfalls wird es mal wieder Zeit hierfür und ja, Superino hat leider nichts mehr gemacht. Also der ist aktuell wahrscheinlich eh nicht da, ich weiß nicht genau, aber ich kann's mir vorstellen, dass er erst in einer Weile irgendwann mal wiederkommt und... Ach nee, warte mal, der hat mir doch neulich geschrieben, dass er auch bei Tropical dabei sein will. Ja, vielleicht krieg ich ihn ja nochmal irgendwann ran, also dass wir auch Tinymon mal zocken. Ich muss mal fragen, also ja, die nächsten Tage werde ich das wahrscheinlich angehen. Und ich würd sagen, wir kommen so langsam mal zu den bisherigen Ergebnissen. Also hier seht ihr schon, die Fenster sind mal ordentlich gemacht worden, ich glaub, das war vorher noch nicht. Dann, na gut, hier haben wir immer noch diese kleine Unfallstelle, jedoch seht ihr schon, da oben hab ich mir auch was für die Fassade einfallen lassen, da würd ich sagen, geh mal einfach mal von außen hin. Und zwar hab ich eben an einigen Seiten diese Fassade genutzt, ich mein, da drüben macht ein Fenster nicht so viel Sinn, da haben wir ja diese komischen Verläufe von den Dingern und das muss nicht sein. Na und hier hinten hab ich Fenster doch wieder genutzt, ich mein, da passen sie ja hin. Und ich würd sagen, wir gehen mal hier über die Bäume, die sind gerade noch immer ein bisschen im Weg, das ist mir schon öfter aufgefallen. Jedenfalls dort hab ich auch solche Fassaden genutzt, weil man eben durch den Berg kaum was sehen kann. Gut, hier unten, ja, vielleicht wär's gegangen, aber es ist jetzt nicht unbedingt nötig. Und generell müssen ja auch nicht so viele Fenster überall vertreten sein, ich mein, auf der unteren Etage haben wir sogar kaum welche, da ist eigentlich das das Einzige. Und ja gut, da vorne noch, aber das war's auch schon. Und ja, ich hab mich eben entschieden, viel mit diesem Marble zu bauen und auch mit Blackstone, das wollte ich vielleicht noch erwähnen. Einerseits haben wir hier den normalen Marble, der dem Vanilla Stormbrick ganz ähnlich sieht und hier ist nochmal Weathered Marble, der ist also vielleicht ein bisschen, um sich abzuheben von den Etagen links und rechts, beziehungsweise von den Nord- und Südflügeln sehe ich hier gerade, ne, nur um mal nach den Himmelsrichtungen zu gehen und ja, da hat er sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Also das passt auch auf jeden Fall zu so einem Aufgang, würde ich sagen. Und ich geh mal kurz runter. Ich hab mir nämlich hier noch ein paar Gedanken gemacht zu diesen Zwischendecken und zwar bin ich bei dem Design geblieben. Ich dachte erst, naja, vielleicht mach ich das wegen der oberen Etage. Mal lieber einheitlich zu den hiesigen Wänden, aber ich dachte mir so, nee, komm, das ist dann wieder blöd, das sieht von unten nämlich nicht so geil aus und ja, hier vielleicht auch doch zu eintönig. Von daher, ja, das ist glaube ich der beste Kompromiss dann noch. Hier an der Stelle hab ich auch überhaupt noch was eingezogen, obwohl ich dachte vorher, naja, das kann auch offen bleiben, aber ja, ich denke, so ist es schon besser und hier oben werd ich das wahrscheinlich ähnlich tun, also auch reinziehen, bevor wir dann zum Dachboden kommen. Und hier wird allerdings offen bleiben, ich mein, da geht ja der Aufgang eh weiter. Aber eventuell mach ich dann auch hier diese Stelle als Glasdach. Ich mein, das kann man ja durchaus probieren, aber das muss ich sehen. Also ein paar Streams brauch ich immer noch, ne. Man mag es ja kaum glauben, also gerade wenn ich bedenke, wenn ich die Zeit jetzt nicht gehabt hätte, ne, wann hätte ich das alles irgendwie noch nachholen wollen, ne, wär ich ja noch ein halbes Jahr dran. Also das ist echt krass, wie viel Zeit man damit doch noch verbringen kann und ich bin gespannt, wann ich letztendlich fertig bin. Jedenfalls hab ich mir jetzt im letzten Stream von den Vieren überlegt, dass ich auch mal mich unbedingt an das Terraforming setzen muss und das ist eigentlich ganz gut mir gelungen, denk ich mal. So das hier hab ich jetzt angepasst. Dazu hab ich auch noch einige Bäume gefällt und mir, äh, weiter hinten weg Erde geholt. Also einfach so aus nem ganz normalen Terrain gegraben. Weil ich absolut nicht wusste, wo ich die sonst herbekommen soll und das war mir jetzt die billigste Methode und, naja, stören soll das keinen. Ich mein, das ist weit genug weg. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auf der Seite ebenfalls die Aufgabe, das auch zu tun, aber da muss ich erst mal wissen, wie weit ich mit dem Feld gegebenenfalls noch gehen will. Also hier wird es ja auf jeden Fall hinkommen, damit ein ordentlicher Abschluss mal so langsam möglich wird. Und ja, hier vorne ist halt die Frage, wie wir das mit dem Wasser machen. Das war ja extra so ein bisschen gedacht als Erweiterung für das Feld beziehungsweise wahrscheinlich würde ich hier sogar schon den Zaun wieder wegreizen und das Feld ansetzen. Aber ehrlich gesagt brauche ich das, glaub ich, auch nicht mehr. Ich mein, ja, es reicht ja durchaus, wenn wir hier das haben und hier ist eben noch Freifläche oder so. Generell muss ich ja auch wieder nen sinnvollen Übergang zum Waldgebiet hinkriegen. Aktuell hab ich ja viel weggerissen und das soll sich natürlich ändern, denn nicht immer hab ich Lust, diese komplette Naturrodung fortzuführen. Sozusagen und ja, ich kann ja mal hier drüben hingehen, während ich gleich rede. Denn ich hab noch ein paar Themen für heute und mal weiter terraformen. Zum einen müssen wir den Weg noch unterfüttern, damit das ja nicht so komisch leuchtet. Ich hab mich also hier, um das nochmal zu beschreiben, für einen Zweierweg einfach entschieden und hier werden entsprechend Zauntore auch reinkommen. Aber das soll jetzt nicht so groß wirken wie da vorne. Da haben wir ja doch eine viel breitere Anlage so von den Gehwegen her und hier ist eben nur so ein Hinterding. Also, dass man direkt merkt, wo vorne und hinten ist sozusagen. Und warte mal, ich hab ja hier schon überall eigentlich was drunter. Warum leuchtet denn das dann so? Ich überprüfe mal, wie weit das Ganze geht und wenn das überall schon unterfüttert ist, dann muss ich mich ja echt mal wundern. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein Lichtbug ist, weil irgendwo ganz weit weg sowas auftritt, dass unten drunter Fackeln stehen und so. Wodurch gleich der ganze Weg oder alle anliegenden Wegblöcke, die eben direkt damit in Verbindung stehen, auch betroffen sind. Was eigentlich komisch ist, aber in der Version kann es unzählige Lichtbugs geben. Naja, jedenfalls wollte ich mal das ein oder andere noch loswerden. Und zwar heute zum Beispiel hab ich einiges an Platz geschaffen. Das ist eigentlich ganz nice. Denn ich hatte eine ziemlich volle Festplatte in letzter Zeit immer, also die interne auf meinem PC und da hab ich jetzt mal für gesorgt, dass die etwas entlastet ist. War auch so eine Aufgabe, die ich schon eine ganze Weile vor mir hergeschoben habe und man muss das eben immer mal machen, weil ja immer wieder neue Videos hinzukommen. Also ja, ich hebe mir eben die ganzen Folgen auf. Zumindest seit einem gewissen Zeitpunkt. Also ein paar von 2018 und davor hab ich eben auch nicht mehr, aber das meiste danach eigentlich schon. Und ach ja, ich bin ja vorhin nochmal gestorben, sehe ich ja gerade. Also da können wir die Dev-Info sammeln, endlich mal erweitern. Ja, sicher geil, ne? Und was kann ich noch sagen? Also ich bin eigentlich froh, wegen den Festplatten, dass ich jetzt auch mal auf meiner externen ein bisschen Platz gekriegt hab. Da hab ich nämlich jetzt das meiste von der einen Festplatte hingeschoben. Und dann hab ich auch noch eine andere externe Festplatte, von der ich auch wieder was verschoben hab. Ein paar Sachen hatte ich auch doppelt, da hab ich jetzt doch mal was auch gelöscht teilweise. Und da werde ich wohl in nächster Zeit immer mal weitermachen müssen. Also denke ich zumindest, denn da waren noch einige Dateien übrig, die ich eben mir nochmal anschauen muss. Und wo ich nochmal auch planen muss, was will ich jetzt wo machen und wie kann man das vielleicht langfristig etwas besser lösen. Ich hatte ja auch mal zwischendurch überlegt, weil ich so viele Aufnahmen mache, ob ich mir nicht eine weitere Festplatte kaufe. Also das hab ich mal in der Void-Folge erwähnt. Aber weil ich mir eigentlich erst letztes Jahr eine gekauft habe, möchte ich das nicht direkt schon wieder tun. Und ja, da warte ich deswegen oder bin eher zögerlich, sag ich mal. Obwohl ich mir das schon vorstellen kann. Ich mein, ja, eine wäre schon mal ganz gut. Die anderen sind halt auch alle schon ein bisschen älter oder teilweise älter. Und da muss man eben schon drauf achten, dass man auch mal vielleicht sich was Neueres holt, um eben eine ordentliche Sicherung zu gewährleisten. Ich mein, man kann ja die anderen durchaus weiterverwenden. Aber um am Ende nicht komplett blöd aus der Wäsche zu gucken, wenn nämlich die Daten doch mal verloren gehen, dann sollte man wenigstens eine Sicherheitskopie haben oder auch nochmal eine zweite Sicherung in dem Fall ja. Also das müsste ich mir echt mal ein bisschen überlegen, ob ich nicht so vorgehe. Denn je öfter man gesichert hat, desto besser, muss ich ja immer wieder betonen. Und ja, das sind eben so Gedanken, die ich mir jetzt in letzter Zeit gemacht habe. Aber zudem bin ich noch dran, meine Charts auch mal voranzubringen. Da bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich in den letzten Tagen das eigentlich ganz gut geschafft habe, wieder da ordentlich aktiv zu sein. Denn ich hing da sehr, sehr weit nach. Und das muss ja nicht ewig so bleiben. Also irgendwann muss man echt mal gegensteuern. Und vielleicht kann ich ja irgendwann auch mal wieder das Ganze auf Twitter posten, wie ich das eine Zeit lang gemacht habe. Aber das ist noch lange nicht spruchreif, würde ich sagen. Ich bin jetzt erst mal froh, dass ich es dadurch auch schaffe, so ein bisschen neue Songs zu entdecken teilweise. Natürlich nicht allzu sehr, also nur zwischendurch mal. Aber die ganzen Neuansteiger, die man dafür nutzt, müssen ja auch irgendwo herkommen. Und da muss man eben sich ein bisschen umhören, mal gucken, was ist jetzt rausgekommen oder so. Da muss ich mir jetzt auch noch das eine oder andere raussuchen, denn ich stehe gerade an einem Punkt, wo ich zwar noch ein paar Neuansteiger habe, aber nicht mehr allzu viele. Und bevor ich dann irgendwas reinnehme, was mir an sich nicht ganz so krass gefällt, nur damit ich was habe, so ungefähr, würde ich doch lieber auf was zurückgreifen, was mich richtig catcht, so. Und das versuche ich eben jetzt wirklich mal hinzukriegen, denn das Ding ist, sowas findet man nicht mehr so easy wie früher. Da konnte man mal einfach in die Charts gucken und hat 20 Sachen gefühlt gefunden. Also 2011 war da echt geil. Aber mittlerweile ist das ja alles ganz anders zu bewerten. Und da muss man eben extrem viel so sich umgucken und schauen, auf welchen Quellen gucke ich jetzt, etc. Und heute kommen wir definitiv auch auf über 10 Minuten. Also das ist ja klar, wie weiß ich nicht was. Und eigentlich sollte ich vielleicht nicht unbedingt immer aus derselben Ecke ein Thumbnail machen, aber ich glaube, das hatten wir erst einmal in letzter Zeit, von daher geht das noch klar. Der Vorteil dabei ist eben immer, dass man hier vorne noch was sehen kann und ich hier nicht komplett das Vernachlässige in den Thumbnails. ansonsten müsste ich eben dafür sorgen, dass das Einzelnen irgendwie erscheint. Aber da denke ich mir immer so, ach nee, komm, das will ich jetzt eigentlich so nicht haben. Es ist ja manchmal nicht so geil, einfach nur sowas zu sehen. Es ist immer so nichtssagend als Bild. Aber gut, vielleicht mache ich mir manchmal auch zu viel Gedanken. Ich meine, Tinymon ist zwar eine Serie, die auch gut werden soll und wo ich jetzt auch auf ein gewisses Ergebnis hinarbeite, aber vielleicht muss man es auch nicht übertreiben. Aber gut, wir schauen uns das mal an, wie es weitergeht. Ich würde sagen, das war es an der Stelle. Danke fürs Zusehen und Tschüss.